Hallo, mein Name ist Michael Wendlinger, ich bin Inhaber der Firma Ruckzuck Küchen und Möbel in Eckenfelden und Deckendorf. Uns zeichnet aus der persönliche Kontakt vor dem Kauf, nach dem Kauf, wir liefern mit eigenem Monteuren und wir sind immer für Sie da. Für uns ist der Service-Check wichtig, damit wir wissen, wie unsere Kunden über uns denken, und wir weiterhin unseren Service anpassen können und uns immer weiter verbessern können. Wir freuen uns über alle Kommentare. Hier ein Beispiel von Armin L. Wir waren sehr zufrieden von der Planung über die Abwicklung, war alles perfekt. Verkäufer, Mitarbeiter, Monteure sind sehr kompetent und freundlich. Sie wissen, was sie tun, arbeiten gewissenhaft und sauber. Das waren sicherlich nicht die letzten Möbelstücke, die wir bei Ruckzuck gekauft haben. Danke an alle Kommentare und größter Dank geht an mein Team. Ohne Euch wäre das nicht möglich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020